Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier an diesem Montag, dem 19. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 404, ich meine natürlich 504 plus 1. Genau genommen ist es die Geek Talk Daily 505. Und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. WhatsApp, Airport Extreme, Mitwerbung, Nokia Event, Training, Dolby, Kopfhörer und Ferien. Ich beginne gleich mit WhatsApp. Da gibt es ein schönes Design, hat jetzt nicht mit Wirklichkeit und sonst was zu tun, sondern wie überall, egal ob Smartphones oder Dienste in diesem Internet, gibt es immer wieder mal Leute, die irgendwelche Studien oder besser gesagt Grafiken erstellen, Mockups erstellen, sei das in Bilderform, sei das in Videoform. Und das dann der grossen weiten Welt im Internet zur Verfügung stellen. Das natürlich nicht immer, meist nicht ohne Hintergrundgedanke, um vielleicht so auch einen neuen Job in dem Bereich zu bekommen. Und sowas ist jetzt eben gerade online gekommen mit WhatsApp über das Wochenende. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat der Messenger bis jetzt optisch noch nie wirklich viel zugesagt. Ich nutze ihn auch sonst nicht allzu gerne, bin drin, habe da auch meine Gruppen und so weiter, aber es ist definitiv nicht mein Lieblings-Messenger. Das Mockup, das ich euch verlinkt habe, müsst ihr euch mal anschauen, besteht aus ein paar Bildern und es schaut wirklich, ja, weiss aus. Obwohl, jetzt wo man bei Google weiss, dass es mehr Strom braucht, kommt das wahrscheinlich nicht so schnell durch. Spass beiseite. Airport Extreme und die 2TB Time Capsule. Apple hat ja vor, jetzt sind es glaube ich schon 2-3 Monate her, bekannt gegeben, dass die Produkte, eben die Airport-Linie, generell aus dem Sortiment fliegen wird und nur noch so lange verkauft wird, wie es Vorrat hat. Zumindest in Deutschland ist es so, dass die eben 2TB Time Capsule sowie der Airport Extreme, die kleine, ja, mittlerweile nicht mehr im Laden verfügbar ist. Weder online noch offline, denn die Produkte sind jetzt wirklich weg. Wer noch haben hätte wollen, der wird es schwer haben. und oder auf vielleicht teure Käufe über Plattformen wie Ebay, Riccardo und Co. angewiesen sein. Bei Google läuft es nicht ganz so gut mit den Filmen, die sie zusammengelegt haben, sprich das eigene Videoarchiv vom Google Play Movie Store sowie YouTube. Da sieht man ja immer wieder mal, wenn man nach einem Trailer sucht, auch plötzlich den ganzen Film drin. Heisst aber dann auch, dass man bezahlen darf, logischerweise, weil eben für aktuelle Filme oder generell für Filme bezahlt man halt Geld. Passt ja auch so und da sind wahrscheinlich nicht allzu viele Leute drauf aufgesprungen, den Weg zu gehen, sprich da ein bisschen Geld in den Topf zu schmeissen und deshalb hat YouTube was Neues ausprobiert. Aktuell erst in den USA zu, ja, kann man das Ganze nutzen. Leider, ja, gibt es noch keine Auskunft zum einen, wie das Ganze weitergehen wird. Aktuell sind da circa 100 Filme drin, sind so die Rocky Riot, Terminator und so halt ein paar kultige Filme sind mit dabei, aber natürlich noch keine aktuellen. Ich bin da mal gespannt, wie das Google respektive YouTube weiterhin ausbauen wird und mag. Und wer nicht weiss, von was es geht, es sind Kinofilme, die ihr auf YouTube findet, anschauen könnt und das war kostenlos, eben nicht die Option habt, das Ganze zu kaufen. Dafür aber mit Werbeeinblendungen, die ihr auch nicht überspringen könnt. So soll sich das Ganze quer subventionieren. Da bin ich ja mal echt gespannt, wie da die Community darauf reagieren wird. Wer hat Lust am, ich glaube es war der 5. Dezember, genau, am 5. Dezember nach Dubai zu fliegen? Ich glaube, da gehen ein paar Hände hoch. Ja, dort ist es ein bisschen wärmer, aber was es da auch gibt, ist das neue Nokia 9 PureView oder 8.5, 8.1, wie es dann auch immer heissen mag. Und das könnt ihr euch anschauen gehen, wenn ihr dann ein Ticket gewinnt. Und Nokia verlost über ihre Community, also über die Forum-Software, aktuell Tickets für eben genau den Launch des neuen Gerätes. Das hat nämlich ein Blitz, 1, 2, 3, 4, 5, mein Gott, 6 Linsen sind da mit hinten drauf verbaut. Wenn man den Mockups, glaube ich, schenken mag, wir dürfen ja mal gespannt sein, was das für ein Phone wird. Angekündigt und rausgebracht. Zumindest, und das auch wieder leider nur in den Staaten, ist der Dolby Dimension. Nee, das ist jetzt kein neuer Standard, den ihr für eure Boxen am Fernseher neue Geräte anschaffen müsst. Dolby Atmos und Dolby Vision sind nach wie vor aktuell. Aber genau der Hersteller hinter den Techniken, die ich vorhin genannt habe, der hat jetzt auch ein bisschen Hardware gebastelt. Und das ist nämlich ein Kopfhörer. NFC ist mit drin, soll generell für den Filmgenuss sein. Es ist ein eigens gestalteter 40mm Treiber mit integriert. Und die vorangekündigte Active Noise Cancelling lasst sich über die Android oder iOS App so einstellen, wie ihr es gerade haben möchtet. Sprich, mit ein bisschen was vom Umgebung mitbekommen oder auch nicht. Das Ganze soll in verschiedenen Stufen möglich sein. Und auch das Verbinden von verschiedenen Geräten soll relativ einfach gehalten werden. 599 US-Dollar kostet das Ganze. Das ist ja fast wie ein bisschen mehr als aktuelle Active Noise Cancelling Kopfhörer. Da dürfte man auf jeden Fall mal auf den Test gespannt sein. Mal schauen, ob sich mein Kopfhörer-Universum noch ein bisschen verbreitet. Aktuell sind es ja wieder mal irgendwas weit über 20 Stück, die hier rumliegen und auch fleissig gebraucht werden. Immer je nachdem, für welchen Einsatz ich die dann nutze. Zu guter Letzt habe ich noch Ferien. Urlaub, wie er das in Deutschland und glaube ich Österreich nennt. Den macht nämlich Apple oder genauer gesagt das Podcast-Team von Apple vom 16. November, das wäre vorgestern gewesen, vor drei Tagen besser gesagt, bis zum 26. November. Aber auch vom 21. Dezember ist der 2. Januar. Zweiteres ist eigentlich normal. Das machen sie immer zwischen den Jahren. Ja, eben Ferien, Auszeit kann man keinen neuen Podcast einreichen. Also schon, aber die werden erst später freigeschalten. Und das Ende November ist neu. Mal gespannt, vielleicht kriegen die bald auch Sommerferien spendiert. Ich möchte es ihnen ja gönnen. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich heute für euch zusammen auftragen können. Euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg, einen guten Wochenstart und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.